Ja, meine lieben Freunde, ich bin's Robert Götz, Martuscheski. Ja, der ein oder andere von euch wundert sich möglicherweise, dass das jetzt von der Lichtstärke nicht ganz so kräftig ist wie normalerweise. Das ist ein bisschen weniger. Und zwar, ich bin hier mit meiner Frau Martina. Martina, sag mal was. Hallo. Ja, wir sind jetzt hier im Bundestag und wir haben einfach mal das Licht gelöscht. Wir haben das ausgemacht. Und zwar ist ja so, die Annalena Baerbock hat einen guten Tipp für uns. Das ist jetzt der Energiespartipp Nummer zwei, wie ihr gerade seht. Ich halte zwei Finger hoch. Ja, Energiespartipp Nummer zwei. Wenn man zu Hause ist, also wo man ja normalerweise ist, wenn man zu Hause ist. Wenn man nicht zu Hause ist, dann sollte man das nicht machen. Wenn man zu Hause ist, ja, dann ist der Energiespartipp von der Annalena Baerbock. Zu Hause kennt man sich aus. Ja, da kennt man sich aus und da ist man mal ein bisschen solidarisch mit den ganzen Blinden. Ja, der Blinde kann auch nichts sehen. Also in der Regel, wenn er blind ist, dann ist er blind und sieht nichts und dann macht er auch kein Licht an. Also die meisten Blinden machen kein Licht an. Oder aber, sie haben es den ganzen Tag 24 Stunden zu laufen und wundern sich, warum die Stromrechnung so hoch. So, aber wir sind ja nicht blind. Wir wissen ja, dass Licht aus ist oder an. Also, wenn es jedenfalls an ist, machen wir es aus, weil wir kennen uns ja zu Hause aus. Das reimt sich nicht ohne Grund. Und wenn wir zu Hause nachts das Licht ausmachen oder abends, dann sehen wir zwar nichts, aber wir wissen ja, wo wir sind. Und das spart immense Kosten. Und der Tipp kommt direkt von der Annalena Baerbock. Und da kann auch überhaupt nichts schief gehen. Also wir kennen uns ja aus. Also Martina, jetzt geh mal hier lang. Hier, guck mal, da kann überhaupt nichts. Oh, was ist das denn? Oh. Oh, da ist jetzt aber misslich. Ah, da ist jetzt aber misslich. Warte mal. Warte mal. Warte, Martina. Warte. Warte, warte. Freunde, seid ihr noch da? Hallo? Hallo? Martina, was ist denn los? Ach, jetzt Martina hat's ja bestreuen. Also, unser Tipp. Martina ist weg. Ja, da kümmere ich mich gleich drum. Jetzt ist aber erst mal unser Publikum wichtiger. Freunde, also unser Tipp, macht zu Hause immer das Licht aus. Ja, Licht aus gegen Putin. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. So, macht's gut. Und nicht vergessen, wir haben euch lieb. Oh, es ist jetzt aber dunkel. Ja. Aus, die Maus. Ha!